Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, jeder von uns urteilt und das an jedem Tag in den verschiedensten Bereichen des Lebens. Also ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen irgendwie die Tageszeitungen geschaut hat, angeschaut hat oder irgendwie übers händiges Kräuter ein bisschen durch die Nachrichten geguckt hat. Da haben wir dann zumindest ganz unbewusst Urteile getroffen über das, was eben los ist in der Weltpolitik oder in unserem eigenen Land, das, was dort alles ist. Wir treffen ganz automatisch immer wieder Urteile und das jetzt nicht nur in der Politik, dort, wo wir Dinge einzuordnen haben, wenn wir, was weiß ich, davon lesen, dass irgendwelche Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden oder wenn irgendwelche Vorschriften aufgrund von Pandemien gemacht werden. Das sind alles Dinge, die wir einzuordnen haben, aber auch im Gesellschaftlichen haben wir Urteile zu treffen. Also wir haben das ja ganz besonders erlebt in den vergangenen Jahren, gerade mit der Pandemie eben. Da hatten wir x Regelungen, sei es eben im gottesdienstlichen Raum oder bei der Arbeit unterwegs in der Bahn. Und da mussten wir Entscheidungen treffen, ja, wie sieht es denn aus, wenn da jemand sich nicht an Vorschriften hält oder aber wenn sich jemand dran hält. Halten wir das für gut? Wie gehen wir damit um? Entscheidungen, die wir treffen müssen, Urteile, die wir fällen müssen. Aber jetzt müssen wir gar nicht irgendwie ganz weit nach außen gehen, in die Politik, in die Gesellschaft, sondern können im Prinzip ins eigene Leben schauen und da werden wir sehen, da haben wir eben tagtäglich genügend Urteile zu treffen. Ob es jetzt unter Kommilitonen ist, Arbeitskollegen, in der eigenen Familie eben. Überall müssen wir immer wieder Dinge beurteilen. Und jetzt ist die große Schwierigkeit, die darin liegt, und das wissen wir eben alle, dass wir die Urteile richtig fällen. Denn wir wissen ja ganz genau, wie oft wir schon daneben lagen, wie oft wir falsche Urteile getroffen haben. Also als einfaches Beispiel einfach mal in Bezug auf die ganze Corona-Politik zum Beispiel. Da ist das ja das Urteil, das wir gefällt haben, als ob wir jetzt Dinge für gut oder für nicht so gut heißen, ist ja großenteils davon abhängig gewesen, welcher Nachrichtenagentur wir mehr oder eben weniger Glauben geschenkt haben. Also dort, wo wir uns orientiert haben im eigenen Leben, an den Nachrichtenagenturen, dementsprechend fiel dann am Ende auch unser Urteil aus. Und so ist das ja bei all den Dingen, bei all den Urteilen im Leben, die wir zu treffen haben. Je nachdem, wer oder was uns beeinflusst, fällt am Ende unser Urteil aus. Noch immer wieder müssen wir eben Dinge neu einordnen. Das ist unser alltägliches Geschäft. Wir müssen Dinge beurteilen. Und da will Jesus uns jetzt eben lehren, wie wir das machen sollen. Wie wir dahin kommen, dass wir eben richtig die Dinge beurteilen. Und so habe ich diese Predigt auch überschrieben, wie wir urteilen sollen. Wir wollen hören auf die Bergpredigt, auf Gottes Wort. Matthäus 7, Abvers 1 und aus Erfurt vor dem Wort Gottes stehen wir auf. Da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet. Denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und wie kannst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge herausziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieht zuerst den Balken aus deinem Auge heraus und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus Christus, unser Gott, und wir danken dir für dieses dein Wort, das du uns jetzt heute Abend gibst, Herr. Dein heiliges, dein kostbares, vollkommenes und irrtumsloses Wort, Herr, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Herr, das ist ein Segen. Es ist das, was unser aller Leben prägt und verändert. Das, was einen Unterschied in unserem Leben macht. Herr, aber damit dieses deinen Wort in unserem Leben tiefe Wurzeln schlägt, damit es uns verändert, damit es nachhaltig unser Glaubensleben bestimmt, Herr, dafür brauchen wir deinen Segen. Und deswegen bitten wir dich jetzt alle miteinander, Herr, dass du das Reden und das Hören auf dein heiliges, vollkommenes und irrtumsloses Wort an uns allen segnen magst. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Ihr Lieben, der Schiefstand dieser Welt, den wir im Großen, sei es in der Gesellschaft, in der Politik, zu beurteilen haben, den haben wir auch im Kleinen zu beurteilen. Und das eben nicht, weil wir, wie der evolutionistische Gedanke nahelegt, irgendwie so von Generation zu Generation immer besser werden, bis wir irgendwann das Maximum erreicht haben, sondern nein, die Bibel lehrt uns, dass wir im Prinzip in unserem Leben zwischen Sodom und Gomorra hin und her wandeln. Das ist das, worin wir leben, das ist unsere Wirklichkeit, das ist die Realität unseres Lebens. Und deswegen wendet sich jetzt Jesus ganz persönlich an unsere Herzen, ganz persönlich an uns und wie wir eben urteilen sollen. Er gibt uns drei Warnungen mit hier in diesem Text und anhand dieser drei Warnungen habe ich euch die drei Predigtpunkte mitgebracht, drei Punkte heute in dieser Predigt. Ein erstes, überhebe dich nicht über die Fehler anderer. Ein zweites, übergehe nicht die Fehler anderer. Und ein drittes, übernimm dich nicht an den Fehlern anderer. Ein erster Punkt, überhebe dich nicht über die Fehler anderer. Ihr Lieben, ich spreche heute ganz bewusst von Fehlern und nicht von Sünde, weil Fehler etwas mehr abdecken als Sünde. Also Sünde, wenn ich von Fehlern spreche, ist Sünde natürlich damit inbegriffen, gar keine Frage. Allerdings ist ja nicht alles, was wir jetzt falsch machen, wo irgendwie Schwachheiten im Leben auftreten, da handelt es sich nicht direkt immer um Sünde. Deswegen eben geht es heute um die Fehler. Und jetzt warnt Jesus uns in unserem Text, dass wir die Fehler anderer nicht verurteilen sollen. Wenn er eben sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was ist der Grund, warum Jesus das hier anspricht? Warum sollen wir nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden? Das ist Jesu Antwort, damit wir nicht gerichtet werden. Warum ist das wichtig? Weil wir beim Richten oft eben dahin kommen, dass wir uns über andere eher heben. Dass wir uns besser vorkommen als andere. Und das sieht dann praktisch so aus, in dem Moment, in dem du eben über andere richtest, dann kommst du dir besser vor. Und selbst dann eben, wenn das nur in Gedanken geschieht. Und erst recht dort, wo eben Dinge ausgesprochen werden. Und spätestens in dem Moment, wo die Dinge ausgesprochen werden, da passiert das dann, dass dann über eben verbittert wird, dass es gekränkt wird. Weil dein Gegenüber sich dann denkt, naja, Moment, wer ist das eigentlich da, der sich das da gerade anmaßt, ein Urteil über mein Verhalten zu fällen? Und ich wiederum denke mir dann in dem Moment, naja, wie kann das denn sein, dass der sich seine Fehler da nicht eingesteht? Und dann ist das so ein endloser Kreislauf am Schluss. Und vor dieser Überheblichkeit warnt Jesus uns jetzt, dass wir uns nicht eben überheben sollen über die Fehler und Sünden anderer. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, im nächsten Vers, andere zu verurteilen, ist vor allem unangemessen. Er bringt ja dieses bekannte Beispiel. Was aber siehst du den Splitter, der in dem Auge deines Bruders ist, aber den Balken in deinem Auge, den nimmst du nicht wahr? Kennen wir alle, oder? Also so die Schwächen und Fehler anderer, die fallen uns ja ganz, ganz schnell auf. Und das Interessante ist, die fallen uns ganz besonders in Bereichen auf, wo wir selbst keine Fehler, keine Schwächen haben. Vielleicht gehörst du zu denen, die handwerklich begabt sind, dann bekommst du es ganz besonders schnell mit, wenn da jemand den Hammer, das Werkzeug, was auch immer, irgendwie komisch anfasst, falsch gebraucht. Du merkst es sofort, dann denkst du dir, ah ja, kannst du die Hände über den Kopf zusammenschlagen, du verstehst das nicht. Oder möglicherweise gehörst du zu denen, die irgendwie eine sehr gute Schulbildung genießen durften. Und bekommst es dann ganz besonders schnell mit, wenn da jemand eine sehr geringe Allgemeinbildung hat. Oder wenn da jemand liest und da immer wieder ein bisschen sich verhaspelt, wenn man da nicht so ganz sauber lesen kann. Dir fällt das ganz besonders schnell auf. Oder aber du bist vielleicht musikalisch begabt. Vielleicht ist das dein Ding, wo du sagst, das ist meine Stärke. Und dann merkst du es sofort, wenn dein Sitznachbar oder die Person hinter dir eben ja nicht den Ton so sauber trifft, wie du es vielleicht tust. Und dann denkst du dir, das machen wir besser zu Hause in deinen vier Wänden, aber doch nicht bitte in der Öffentlichkeit. Jedenfalls nicht ganz so laut. Da urteilen wir dann drüber. Und dasselbe gilt jetzt eben auch für geistliche Angelegenheiten. Also vielleicht bist du vom Typ eher so, dass du eher ruhig und ausgewogen bist. Du bist eher so der gelassene Typ. Und dann bekommst du es ganz besonders schnell mit, wenn da jemand schnell aus dem Haus fährt. Wenn da jemand schnell zornig wird, sich nicht so im Griff hat, wie du es vielleicht hast. Oder möglicherweise bist du recht engagiert in der Gemeinde. Und siehst du es eben ganz besonders schnell, wenn da jemand nicht so engagiert ist. Wenn jemand nicht so regelmäßig in die Gottesdienste kommt. Nicht so sehr eben die Dienste wahrnimmt, wie du das tust. Oder vielleicht ist es bei dir auch so, dass du in bestimmten Bereichen von Versuchungen, von Sünde, nicht so angefochten bist in bestimmten Bereichen wie andere. Und dann bekommst du es besonders schnell mit, wenn da jemand fällt. Und du denkst dir, oh, das wäre mir nie passiert. Weil das vielleicht nicht deine Schwäche ist. Es kann also sein, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du sagst, da habe ich jetzt keinen Splitter in meinem Auge. Und deswegen bemerkst du ganz besonders schnell, wenn jemand anders dort einen Splitter aber hat. Und wir, das ist unsere Reaktion dann schnell, wir gehen dann hin und verurteilen das. Und übersehen ganz schnell die ganzen Splitter in unserem Auge. Die unzähligen Splitter, die wir hier haben. So sehr, dass Jesus eben hier sagt, da ist der Balken in deinem Auge. Und so ein Holzbalken besteht ja im Prinzip aus ganz, ganz vielen einzelnen Holzsplittern. Das ist ja das Bild, das er hier gebraucht. Und jetzt schaut mal, dass Jesus hier jetzt nicht sagt, pass mal auf, denke daran, es könnte ja vielleicht sein, dass du da deinen Balken hast. Nein, sondern er sagt das so, wie er sich hier ausdrückt, so wie du hier sitzt. Du hast diesen Balken in deinem Auge. Der Balken ist da mit seinen unzähligen Splittern. Und Jesus sagt genau, das ist jetzt so die Herangehensweise, wenn wir über andere nachdenken, wenn wir die Fehler schwächen, die Sünden anderer sehen. Wie sollen wir jetzt vorgehen? Jesus sagt, ihr müsst aufpassen, denn ihr müsst erst einmal vor Augen haben, dass ihr da diese unzähligen Splitter in eurem Auge habt. Und das nicht nur so ein, zwei, sondern unzählige, so viele, dass sogar ein ganzer Balken daraus besteht. Deswegen sagt Jesus, überhebe dich nicht über die Fehler anderer. Und jetzt müssen wir noch was ganz Entscheidendes hier vor Augen haben. Und zwar nämlich den, der das hier sagt. Jesus selbst. Der, der eben nicht auf diese Erde gekommen ist, um zu richten, sondern um zu retten. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Er ist ans Kreuz gegangen, um den Balken deiner und meiner Schuld zu tragen. Das ist hier der Grund, damit du eben nicht mehr von Gott verurteilt wirst. Und wenn wir jetzt diese Perspektive einnehmen, wenn wir das vor Augen haben, passiert etwas ganz, ganz Entscheidendes. Wenn wir das vor Augen haben, Jesus Christus ist für mich ans Kreuz gegangen, er hat den Balken meiner Sünde und Schuld getragen. Dann sehe ich diese Verse und lese ich diese Verse erst einmal anders. Ich lese sie nicht so, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, sondern ich lese sie so als Kind Gottes, richtet nicht, weil ihr nicht gerichtet seid. Mit welchem Urteil ihr gerichtet wurdet, richtet andere. Mit welchem Maß ihr bemessen wurdet, messt andere. Das ist die Herangehensweise, mit der wir jetzt alle anderen Dinge auf dieser Erde, Dinge, die schief laufen, Dinge, wo wir vielleicht die Krise kriegen, weil wir nicht verstehen, warum Menschen so handeln können. Das ist die Art und Weise, wie wir andere beurteilen sollen. Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann begegnen wir diesen Menschen nicht mehr mit dieser Überheblichkeit, wir überheben uns nicht mehr, sondern wir begegnen diesen Menschen jetzt, alle Menschen auf dieser Erde, mit dem, wie Jesus Christus, wie Gott uns durch Jesus Christus begegnet ist, in seiner unendlichen Barmherzigkeit, in seiner Liebe, in seiner Güte. Das ist die Art und Weise, wie wir anderen eben jetzt begegnen sollen. Nur, wenn wir ehrlich sind, tun wir uns schwer damit, oder? Also, das ist jedenfalls nicht die Praxis meines Lebens. Ich muss mich immer wieder daran messen. Deswegen, ich mache das immer und immer wieder deutlich, seitdem wir hier diese Bergpredigt durchgehen, der Maßstab, den Jesus hier an unserem Leben ansetzt, ist unglaublich hoch. Aber er ist möglich. Er sagt das nicht so, komm rein hypothetisch, versuch das einfach mal, sondern das ist der Maßstab, der an unserem Leben, an deinem und meinem Leben angelegt wird. Wir alle kennen ja die Geschichte aus Matthäus 18. Da ist dieser König, dieser Herr, und der hat einen Knecht, der hat Schulden bei ihm, die kann er Zeit seines Lebens nicht abbezahlen. Also, das weiß er, das kriegt er nicht mehr hin. Und dann heißt es, ein ganz interessanter Satz, da geht dieser Knecht zu seinem Herrn und sagt dem Herrn, bitte erlasse mir das doch. Diese ganzen Schulden, dieser ganzen Berg voller Schulden, die ich vor dir habe, erlasse es mir doch bitte. Und dann heißt es in Vers 27, der Herr jenes Knechtes aber innerlich bewegt, ließ ihn frei und er ließ ihm das Darlehen. Ganz, ganz starker Satz. Das ist ja im Prinzip die Überschrift unseres Lebens als Kinder Gottes. Das, was wir eben in der neuen Identität, in der wir leben dürfen. Gott hatte Mitleid mit uns. Gott hat uns unsere Schuld, unser Darlehen an Sünde und Schuld erlassen. Und dann geht diese Geschichte allerdings weiter. Dieser Knecht, dem jetzt diese ganze Schuld erlassen wurde, der hatte auch jemanden, der ihm etwas schuldete. Und dann kommt dieser Mensch zu diesem Knecht dann eben und sagt, hier, magst du auch bitte mir mein Darlehen erlassen? Und was sagt er? Nö. Passt nicht. Will ich nicht. Und ich glaube, genau das ist das, was wir oft machen. Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann wissen wir, wir haben etwas erhalten, etwas empfangen, das wir nicht verdient haben. Dass Jesus Christus, dass Gott uns in alle Ewigkeit unsere Schuld erlassen hat, dass er gesühnt hat. Und trotzdem gehen wir jetzt mit anderen oft in ein Gericht, das sie eben nicht verdient haben. Wir urteilen über andere, wie es sich nicht gehört. Nicht nach dem, was Jesus uns hier eben vorlebt. Und dann reagieren wir eben reflexartig genauso wie dieser Knecht. Da kann es dann eben sein, dass du da dann einen jungen Ehemann siehst und beobachtest, wie er mit seiner Frau umgeht. Und du denkst dir dann, wieso das? Wie kann das sein? Oder du siehst vielleicht, wie selbstherrlich und egoistisch dein Vorgesetzter oder dein Chef seinen Dienst wahrnimmt. Oder wie unvollkommen irgendein Politiker sein Amt wahrnimmt. Oder eben wie unzuverlässig jemand ist in der Gemeinde. Wie wenig sich da jemand einbringt oder wie jemand redet oder aussieht oder wie er sonstige Dinge tut. Also versteht ihr? Das, was wir vor Augen haben müssen, ist, mein Balken Ansünder und Schuld ist immer wesentlich größer, als die paar Splitter, die ich in den Augen anderer sehe. Das ist das, was Jesus hier sagt. Deshalb überhebe dich nicht über die Fehler anderer. Und das ist jetzt ganz, ganz wertvoll, was passiert nämlich, wenn wir das Kreuz Jesu vor Augen haben. Wenn wir auf das schauen, was Jesus Christus für uns getan hat, das bringt uns einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil. Wir müssen jetzt nämlich diese Neigung, andere zu verurteilen, nicht mehr aus uns selbst heraus versuchen zu unterdrücken, sondern wenn ich aufs Kreuz schaue, weiß ich, dass diese Neigung, wenn ich eben das mitbekomme, ja, eigentlich sollte ich so nicht sein, eigentlich sollte ich das andere nicht verurteilen. Diese Neigung wird jetzt von viel weiter oben unterdrückt, und zwar von der beim herzlichen Liebe Gottes. Das ist ganz automatisch. Wenn wir eben nämlich genau das vor Augen haben, wenn wir wissen, ja, da ist der Splitter in seinem oder in ihrem Auge, aber diese Splitter sind nichts im Vergleich zu den Balken, den ich in meinem Auge habe. Das war was alles bei mir an Sünde und Schuld da ist. Wir kommen ja gleich noch dazu, dass das jetzt nicht bedeutet, dass wir gar nicht kritisieren sollen. Wir brauchen Korrektur, gar keine Frage. Aber, und das lehrt uns dieser Text eben, wir sollen das auf eine andere Art und Weise tun, als wir das normalerweise aus uns selbst heraus tun würden. Wir sollen das jetzt nicht mehr tun, um andere zu verurteilen, sondern wir sollen uns helfend neben andere stellen, damit sie eben näher zu Jesus Christus hinkommen. Wir sollen jetzt mit dieser Barmherzigkeit Gottes anderen begegnen. Sodass mein Gegenüber eben versteht, wenn ich Kritik übe, wenn ich da mitbekomme, okay, da machst du Dinge, da laufen Dinge falsch in deinem Leben, da sehe ich Schwachheiten, da sehe ich Fehler. Da soll mein Gegenüber anhand meiner Haltung, anhand meines Tons, anhand meiner Formulierung, wie ich dem anderen gegenüber stehe. Sehen, der soll das da mitbekommen. Ja, da ist jemand, der zeigt mir einen Teil meines Versagens auf. Aber, der zeigt mir das, der macht mir das deutlich, als einer, der ganz genau weiß, dass er selbst mit seinem Balken, den er in seinem Auge hat, vor dem Gericht Gottes nicht bestehen kann. Und das macht etwas mit anderen. Der große Reformator Martin Luther, der hat das einmal gut ausgedrückt, wie jemand mit solch einer Haltung lebt. Der schrieb über sich selbst, ich zitiere das mal, ein bisschen schwieriger Text, aber ganz, ganz wertvoll, wenn er sagt, Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, sagt Luther, dass Gott mir um Christi Willen dies täglich beweinte, zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin, ob ich auch noch viel schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest, dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst, ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlupfen. Das ist die Haltung, die wir brauchen. Diese Haltung eben, wenn wir die Nachrichten dieser Welt lesen, wenn wir in unsere Gemeinden schauen, in unsere Jugendgruppen, wenn wir eben Dinge zu bewerten, zu beurteilen haben, wenn wir sehen, wie verletzend manchmal Leute aus der eigenen Familie, aus dem eigenen Bekanntenkreis, im engsten Kreis mit einem umgehen oder wie geistlich unreist sich vielleicht jemand in der Gemeinde, in der eigenen Jugendgruppen verhält. Da soll ich ihm genau das vor Augen haben, was Luther hier so wunderbar sagte, dass Jesus zu seinem Vater sagt, hey, ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlupfen. Und genau das gilt vielleicht für den auch, den ich gerade verurteile. Dass Jesus über diese Person sagt, hey, ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlupfen. Deshalb überhebe dich nicht über die Fehler anderer. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass wir gar nicht Fehler feststellen oder Sünden beurteilen sollten. Also man könnte diese Verse ja auch ein bisschen missverstehen, dass man das ja jetzt so ausdrückt, so als Ausrede benutzt nach dem Motto, um möglichst nicht irgendwie korrigiert zu werden, so dass man eben sagt, hier, wer bist du eben, dass du da dir anmaßt, mich zu verurteilen? Jesus hat ja schließlich gesagt, richtet nicht. Ich glaube, dieser weitere Teil von Vers 5 zeigt, nämlich ein zweites, ein zweiter Predigtpunkt dadurch auch, übergehe nicht die Fehler anderer. Das ist die Gegenseite, Vers 5. Dann heißt es, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge heraus und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Also Jesus sagt erst einmal, pass mal auf, überhebe dich nicht über die Fehler anderer. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, aufgrund dessen, was du am Kreuz erlebt hast, dir wurde vergeben, überhebe dich deswegen nicht über die Fehler anderer, aber übergehe auch nicht die Fehler anderer. Also tu nicht so, als wären da keine Fehler. Und wie sollen wir das tun? Wir haben das gerade gesehen, wir sind selbst völlig unzulänglich. Wie sollen das mit der Barmherzigkeit, mit der Gnade tun, die wir selbst erlebt haben? Und mit dieser Haltung eben eines Begnadigten sollen wir jetzt auf andere schauen und den Splitter herausziehen. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich noch auf dem Bau gearbeitet habe als Maurer. Das war noch während meiner Ausbildungszeit. Diejenigen unter euch, die ebenfalls auf dem Bau sind oder irgendwie handwerklich unterwegs sind, die wissen das ganz genau, dass man nicht immer die ganzen Sicherheitsvorschriften einhält. Das war auch bei mir der Fall, ob es manchmal der Kopfschutz, der Ohrschutz ist, indem man da weglässt. Oder in meinem Fall war das damals die Schutzbrille, die ich weggelassen hatte. Und als ich dann dabei war, so ein Stück Eisen, eine Eisenschlange durchzuschneiden, gerade wenn das wenig gewesen ist, dann hat man gesagt, komm, Flex anschmeißen, zack ist das Ding durch. Und dann war es irgendwann soweit. Ich habe die Flex angeschmissen, ich habe dieses Stück Eisen durchgehauen und dann knallt mir so ein richtig schönes Stück Eisensplitter in mein Auge. Das hat höllisch weh getan. Es hat jedes Mal gebrannt, als ich geblinzelt habe. Es hat sofort angefangen zu drehen. Ich konnte gar nicht mehr mit dem Auge groß aufmachen. Es ist rot geworden. Dann bin ich direkt zum Augenarzt gefahren. Auch das war vielleicht nicht die klügste Idee damals. Aber als ich dann da war, da war ich ganz froh. Der Augenarzt hat das dann nämlich gesehen, hat gesagt, so brauche ich jetzt einmal ganz kurz stillhalten, hat seine Pinzette genommen, einmal mit dem Auge gefasst und zack hatte er dann diesen Splitter rausgeholt. Und da war ich froh und dankbar, dass ich dann da hingefahren bin. Dass mir dieser Splitter eben herausgezogen wurde. Und was ich daraus gelernt habe, war, es ist gefährlich, einen Splitter im Auge zu haben und diesen nicht herauszuholen. Gerade eben so ein Eisensplitter, der gerade in so einem feuchten Auge ganz leicht rosten kann, da kann es gefährlich werden. Das kann lang, nachhaltige Schäden dem Auge zufügen. Das ist nicht ohne. Und da war ich eben froh und dankbar, dass dieser Arzt mir da so schnell helfen konnte. Und ich denke, das, was Jesus uns hier deutlich macht, in diesem fünften Vers, wenn er sagt, übergehe aber auch nicht die Fehler anderer, dann macht er genau das deutlich, dass er sagt, wir sollen uns nicht nur nicht überheben, aber wir sollen die Fehler anderer auch nicht übergehen. Bedeutet, wenn ich jetzt hingehe und auf die Fehler anderer hinweise, dann ist das eine notwendige Liebestat. So wie eben bei mir der Augenarzt hingegangen, ist mit seiner Pinzette und da eben den Metallsplitter aus meinem Auge herausgeholt hat, so ist es eine notwendige Liebestat, wenn wir auf Fehler und Sünden anderer hinweisen und eben dabei helfen, diese abzulegen, bevor diese Fehler, bevor diese Sünde in unserem Leben auch bei uns, auch im Geistlichen eben, Schaden zufügt. Und auch da wäre es jetzt wieder interessant, hier mal ein Mikrofon durch die Reihen zu geben. Ich glaube, da würden wir hier noch nächsten Monat sitzen, wenn wir davon berichten würden, wo wir überall noch Splitter im Auge haben und wo wir auch die Folgen in unserem Leben sehen oder erlebt haben, wo eben Dinge geschehen sind, wo wir anschließend sagen, hätte ich mal da diesen Splitter vorher rausgezogen, hätte mich da mal jemand darauf hingewiesen, dass ich da so einen Irrweg gehe. Also es ist eine notwendige Liebestat und deswegen sagt Jesus eben, übergehe nicht die Fehler anderer und ich brauche diese Liebestat. Also so wie ich hier vor euch stehe, nochmal, ich habe es ja gerade deutlich gemacht, Jesus sagt uns, ihr habt diesen Balken in eurem Auge und das gilt ja auch für mich. Diejenigen unter euch, die jetzt schon einige Jahre mit mir hier unterwegs sind, die kennen mich ein bisschen besser und vielleicht bist du recht frisch hier und sagst, es ist ja ganz nett hier mit dem Paul, scheint dir alles okay zu sein, aber wenn du mich ein paar Jahre kennst, dann weißt du, da sind einige Splitter und vielleicht kannst du drei, vier, fünf Splitter eben nennen. Wenn ich meine Frau fragen würde, die würde sagen, da sind so viele Splitter da, da kann man nicht nur einen Balken von zimmern, sondern so viele Balken, da kriegt man ein ganzes Holzhaus am Schluss mit voll. Also Jesus macht deutlich, wir haben diese Splitter und ich bin jetzt darauf angewiesen, dass ihr mir Rückmeldung gebt, dass ihr mich auf diese Fehler, auf diese Splitter eben hinweist. Das ist eine notwendige Liebestat, die ich nötig habe, die ich brauche in meinem Leben, weil da viele, viele Dinge sind eben, die ich selbst nicht sehe und vielleicht siehst du nur zwei, drei, vielleicht siehst du nur einen Splitter in meinem Leben. Aber dieser Splitter, der muss raus. Und ich persönlich bin jetzt abhängig davon, dass du mir dabei hilfst. Deswegen übergehe nicht die Fehler anderer. Jesus redet hier ja in Vers 5 vom Umgang mit Glaubensgeschwistern, wenn er das eben sagt, um einen Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Und das ist genau das, was er hier deutlich machen möchte. Wir haben, wir sind einander ja gegeben in der Gemeinde, in der Jugendgruppe. Wir sind ja einander zusammengestellt worden, damit wir uns eben genau darin helfen können. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das vor Augen zu haben, dieses Bild, das Jesus hier ja gebraucht. Er redet von einem Holzsplitter im Auge. Also er redet von einem Objekt im Auge, das da nicht hingehört. Einem Fremdkörper. Das ist ja genau dieses Bild, das Jesus hier gebraucht. Und so, wie wir jetzt, wie ich damals da gewesen bin, beim Augenarzt, und der gesagt hat, so, dieser Metallsplitter, der gehört da nicht rein. Den muss ich da rausholen. So brauchen wir das im Geistlichen ja eben auch. Das ist das, was wir nötig haben. Und mit diesem Blick ist Jesus ja auch über diese Erde gegangen. Mit diesem Blick, mit diesem Blick des Fremdkörpers, im Augen der anderen, hat er die Menschen beurteilt und gesehen. Die Prostituierte, die Heuchler, die Betrüger, all die Sünder, die waren herzlich willkommen bei Jesus, weil er diesen Blick eben hatte, wusste, da ist ein kostbares, heiliges, wunderbares Geschöpf Gottes, aber eben verunstaltet durch diesen Splitter, durch die Dinge, die da nicht reingehören. Und das ist sein Wunsch gewesen, Menschen zu gewinnen, indem eben dieser Fremdkörper der Sünde entfernt wird. Und das ist das, was wir brauchen. Diese Perspektive, anderen zu helfen, dort, wo vielleicht jemand in uns Enttäuschung oder Kopfschütteln hervorruft, wo wir sagen, das kann doch nicht sein, wie kann jemand so reagieren, wie kann jemand so handeln? Da sollen wir diese Perspektive vor Augen haben, da ist einfach ein Splitter da, der noch nicht entfernt wurde. Final werden die Splitter in unserem Leben erst in der Ewigkeit entfernt. Da wird Jesus alles reinwaschen, das, was er am Kreuz bereits begonnen hat, da wird alles von uns dann weggenommen sein, da wird nichts an Sünde mehr da sein in unserem eigenen Leben, wenn wir in der Ewigkeit sind. Aber unsere Aufgabe auf dieser Erde ist es eben, aneinander zu helfen, damit so viele Splitter wie möglich auf dieser Erde loskommen. Und wenn du jetzt also einen Splitter des Mangels oder der Schwäche bei jemandem bemerkst, was kannst du tun, ganz praktisch, damit diese loskommen? Ich möchte da gerne in drei Schritten mitgeben, einfach praktisch an die Hand, was du dann tun kannst, damit dieser Splitter in dem Auge deines Bruders, deiner Schwester eben loskommt. Dein erstes ist, du gehst hin und betest, ist immer, immer, immer der erste Schritt, ganz, ganz wichtig. Und zuerst betest du noch nicht einmal für dein Gegenüber, sondern als erstes betest du für dich selbst. Hast du nochmal den ersten Punkt vor Augen, überhebe dich nicht über die Fehler anderer. Dass du erst einmal für dich selbst betest, dass du dafür betest, Herr, schenk mir Klarheit darüber, dass es nicht irgendwie mein Hochmut, mein Stolz, meine Arroganz ist, warum ich jetzt den anderen darauf hinweisen möchte, weil ich mich eben besser fühle, mir besser vorkomme als der andere, sondern dass ich einen klaren Blick habe, dass meine Motivation deine Liebe ist, deine Barmherzigkeit. Deswegen beten, aber als erstes für dich selbst. Und dann ein zweites, gehst du hin und betest für dein Gegenüber, dass dann, wenn du es in Liebe und Demut und Geduld dem anderen es eben sagst, es mitteilst, dass er eben auch nicht mit Stolz reagiert, sondern die Kraft hat, den Mut hat, genau das anzunehmen und zu sagen, danke, dass du mir es mitgegeben hast. Deswegen dafür zu beten. Erstmal für dich selbst, aber dann auch für den anderen. Ein zweiter Punkt dann, wenn du das getan hast, wenn du dafür gebetet hast, dann ist der zweite Punkt, es anzusprechen. Dass du eben hingehst, in Liebe, in Demut und da kann es gut sein, dass es hilfreich ist, dass du erst einmal Wertschätzung äußerst. Dass du nicht direkt mit, ja, direkt ins Haus hineinfällst und sagst, so pass mal auf, das und das geht gar nicht, sondern erst einmal Wertschätzung äußerst und sagst, hey, großartig, dass du hier bist. Ich schätze das sehr, du bist so treu, so fleißig, was weiß ich. Die Dinge, die dir eben bei dem anderen einfallen. Erstmal Wertschätzung äußern der anderen Person gegenüber und dann mit ganz, ganz viel Vorsicht und Behutsamkeit darauf hinweist eben, pass mal auf, da sind Dinge, ich nehme das so wahr, wenn du dies oder jenes tust oder so oder sagst, dann wirkt das auf mich folgendermaßen oder könnte es vielleicht sein, dass in Liebe und Demut, aber auch immer klar und deutlich, damit mein Gegenüber das eben annehmen kann. Und wenn ich diese beiden Dinge getan habe, wenn ich erst einmal dafür gebetet habe, es dann angesprochen habe, dann aber auch anzubieten, ganz praktisch zu helfen. Praktisch zu helfen, damit eben dieser Splitter loskommt, indem du Rückmeldung gibst. Auch da kann man fragen, soll ich das machen? Mir ist ja eine Sache aufgefallen, soll ich dir da regelmäßig Rückmeldung geben, wie ich das sehe, ob da eben Veränderung stattfindet. Auch über einen längeren Zeitraum gerne. Auch das ist eben ganz, ganz wertvoll, aber nicht nur praktisch, sondern auch biblisch helfen. Also dieser Person zu helfen mit dem Evangelium. Und das ist jetzt immer das Entscheidende, das ist immer das Wichtigste. In dem Bewusstsein, in der Erinnerung, Gott liebt dich nicht mehr und er liebt dich nicht erst dann, wenn du den Splitter in deinem Auge los wirst, sondern weil Gott dich liebt. Deshalb lasst uns alles dafür tun, Jesus Christus ähnlicher zu werden, die Splitter im eigenen Leben zu entfernen. Immer vom Evangelium herausgehen. Und das ist häufig ein komplizierter und schmerzhafter Prozess. Das ist herausfordernd. Für die andere Person, wisst ihr, so ein Splitter im geistlichen Sinn eben, so wie Jesus das hier meint, der ist nicht so leicht herauszuziehen, wie der Splitter bei mir in meinem Auge. Wie der Arzt einfach hingegangen ist mit seiner Panzette, dann hat sich das erledigt, sondern das ist oft ein schmerzhafter Prozess, diese Splitter loszuwerden. Das braucht oft Zeit. Das braucht Kraft. Das braucht Geduld. Denn, und das wissen wir auch alle, wir haben Herzen, die Jesus Christus nicht dienen wollen. Zeit unseres Lebens sind und bleiben wir Sünder. Da ist etwas in mir drin, das radikal dagegen angeht, Jesus Christus zu dienen, das radikal dagegen angeht, sich selbst helfen zu lassen. Und da kann es eben passieren, dass du dahin gehst und während du auf diesen Splitter deines Gegenübers hinweist, vielleicht ein bisschen grob ins Auge fasst und dein Gegenüber verletzt und dann ist es schmerzhaft. Und vielleicht ist es auch so, dass dort, wo du eben etwas grob bist, wiederum dein Gegenüber etwas grob reagiert und dabei dich verletzt, obwohl du eigentlich nur helfen wolltest, obwohl du eigentlich voller Liebe nur auf etwas hinweisen wolltest. Und das ist etwas, was ganz, ganz schwierig, was ganz, ganz herausfordernd ist. Deswegen muss unsere Motivation immer die barmherzige Liebe sein, wenn wir auf die Fehler anderer hinweisen. Wenn sie das nicht ist, dann wollen wir uns vielleicht nicht helfend neben andere, sondern eher richtend über andere stellen. Aber Jesus sagt, überhebe dich nicht über die Fehler anderer, aber übergehe auch nicht die Fehler anderer. Denn es ist eine Liebestat, diese aufzudecken und mit Liebe eben die Fehler anderer zu bekämpfen. Aber diese Liebestat, die kostet Zeit, die kostet Kraft, die kostet Geduld. Aber es ist wert, diese Liebestat auszuüben, weil Jesus Christus selbst diese Liebestat an uns ausgeübt hat, indem wir ans Kreuz gingen. Ihr Lieben, mein dritter und letzter Predigpunkt, übernimm dich nicht an den Fehlern anderer. Ein letzter Punkt, der Vers 6, da heißt es, Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Lieben, das ist ein recht seltsamer Vers, noch nicht ganz eindeutig, was er genau bedeutet und warum er hier jetzt steht. Ich glaube allerdings, dass wir aus diesem Vers am meisten gewinnen, wenn wir ihn direkt im Kontext sehen zu den ersten Versen, die wir bereits hier jetzt hatten. Und das Heilige, von dem Jesus hier spricht, das eben vor die Hunde geworfen wird, eben als das verstehen, was wir auch das Evangelium selbst nennen. Also eine kostbare Gabe Gottes, die wir anderen weitergeben. Aber weil diese Gabe so kostbar, so heilig, so wertvoll ist, sollen wir sie auch, und das ist eben dieser Hinweis, sie nicht vergeuden. Und ich glaube, deswegen zeigt uns dieser Vers noch einen dritten Punkt eben zu diesem Thema, wie wir über andere urteilen sollen. Übernimm dich nicht an den Fehlern anderer. Denn jeder von uns hat ja nur ein begrenztes Maß an Zeit, an Kraft, an Liebe, an Geduld, an emotioneller Stabilität, als dass wir jetzt hingehen könnten, um diese Gabe jetzt einfach total zu verschwenden. In unserem Ringen eben, dass Geschwister, dass Menschen die Fehler, die Splitter des eigenen Lebens loswerden. also wenn da jetzt jemand ist, der liebevolle Kritik, der Hinweise auf Fehler, der Zurechtweisung von Sünden nicht wertschätzt, sondern immer nur abweist, dann kann es sein, dass unsere Mühe vergeblich ist. Ebenso, als würden wir hingehen und das Heilige eben vor die Hunde, die Perlen vor die Säule werfen. Und dann kann es sein, dass unsere Kraft, Liebe, Zeit, Geduld, all die Dinge besser investiert wären bei den Menschen, die sagen, ich nehme das an. Ich will eben genau diese Korrektur in meinem Leben erfahren. Ich möchte, dass du mich korrigierst. Und in diesem Sinne ist es möglich, dass wir vielleicht bei dem einen oder anderen Grenzen ziehen müssen im Blick auf unseren Einsatz für andere. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Ich sage das nämlich mit ganz, ganz viel Vorsicht und das ist ganz, ganz wichtig abzuwägen. Und es gibt sicherlich, das nochmal in Klammern, es gibt sicherlich einen Unterschied, was unsere langfristige Verantwortung betrifft gegenüber Verwandten, gegenüber Menschen, die uns ganz nahe stehen im eigenen Haus, zum Beispiel dort, wo wir eben leben, was unsere langfristige Verantwortung betrifft. Das hier in Vers 6 ist nicht die Grundhaltung, die Jesus formuliert. Die Grundhaltung hatten wir in den ersten fünf Versen. Überhebe dich nicht über die Fehler anderer, übergehe sie aber auch nicht. Das, was Jesus hier sagt, ist eine Ausnahmeregelung. Wir sollten also nicht zu schnell sagen, naja komm, da ist jemand, der lässt sich eh nichts sagen, ich habe es jetzt zweimal versucht, komm, lasse ich das jetzt einfach sein. Nein, die Liebe Gottes, wenn wir aufs Kreuz schauen, wird uns immer wieder dazu drängen, dass wir auf andere zugehen, dass wir immer wieder ins Gebet gehen, dass wir um den anderen ringen, dass er eben Fehler, Schwächen, Splitter des eigenen Lebens los wird. Aber dieser Liebesdienst, der ist eben kostbar. Zu kostbar, als dass wir ihn Menschen aufzwängen, die ihn nicht wertschätzen. also wenn du jetzt in der kommenden Woche unterwegs bist und Menschen begegnest, wo du mit Menschen, mit den Fehlern anderer Menschen konfrontiert wirst, dann ist Jesus nicht grundsätzlich dagegen, diese zu benennen. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber er gibt uns eben ein ausgewogenes Bild, wie wir das machen sollen, indem wir uns nicht überheben, indem wir die Fehler anderer nicht einfach übergehen, nicht zu tun, da sind gar keine, aber dass wir auch nicht nicht uns dran übernehmen. Und das Kostbare ist jetzt, Jesus lebte genauso. Er lebte genauso als Diener in Demut, nicht irgendwie überheblich. Und gleichzeitig hielt ihn seine Demut eben nicht davon ab, auf Sünde auch klar hinzuweisen, zu sagen, da ist aber Sünde in deinem Leben. Da sind Dinge falsch bei dir. Da musst du Dinge grundsätzlich ändern. Und das ist er Dienst, den er tat, bis er ans Kreuz ging. Wir sollten also uns nicht nur über die Fehler anderer überheben, sondern uns auch nicht drüber übernehmen, weil es vielleicht verschwendete Kraft sein kann. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Und dort am Kreuz ist ganz persönlich jetzt, das kann jeder für sich persönlich nehmen, unsere Hoffnung. Denn vielleicht hast du festgestellt in deinem Leben, dass du zu denen gehörst, die ganz, ganz leicht andere Menschen kritisieren. Vielleicht siehst du ganz, ganz schnell die Fehler anderer Menschen. Vielleicht liegst du sogar richtig mit deinem Urteil darüber. Aber weißt du, darum geht es gar nicht. Also selbst wenn du damit friedlich liegst, du magst in deiner kurzen Lebenszeit, in deiner kurzen Lebensspanne, aus deiner begrenzten Perspektive, die du auf dieser Erde hast, die Dinge um dich herum beurteilen. Und vielleicht liegst du auch da noch mit richtig. Aber das, worauf es Jesus jetzt hier ankommt, ist, dass er sagt, da ist ein Balken von Sünde in Schuld in deinem Leben. Und wenn du diesen nicht beseitigst, dann hast du ein viel, viel größeres Problem. Wenn du den nicht los wirst, dann wirst du nicht klar sehen können. Dann wirst du den Weg mit Gott nie gehen können. Und selbst wenn du versuchst, aus dir selbst heraus und vielleicht sogar erfolgreich den einen oder anderen Splitter in deinem Leben zu entfernen, sagt Jesus, und das ist so entscheidend hier, wenn es um das Evangelium geht, wenn am Ende nur ein Splitter da ist unter dem Gericht Gottes, der nicht weggenommen wurde, am Kreuz auf Golgatha, dann wirst du vor dem Gericht Gottes nicht bestehen können. Dann wirst du nämlich so gerichtet werden, wie du gerichtet hast, und dann wirst du nicht bestehen können in aller Ewigkeit. Es gibt nur eine Person in diesem Universum, die klar genug sehen kann, um dein Herz zu durchleuchten, die klar genug auf die Dinge hinweisen kann. Nur eine Person, die genug Macht hat, um den Balken deiner Schuld zu entfernen. Nur eine Person, die genug Liebe hat, um bei dir zu bleiben, dein ganzes Leben lang, um die Splitter einzeln herauszuziehen, bis diese Zeit eben in der Ewigkeit vollendet wird, wo er dich so in der Heiligung voranbringen wird, dich vollkommen heiligen wird, dass alle Splitter entfernt werden, bis in alle Ewigkeit eben. Aber das ist ein Prozess, und der, durch den das möglich ist, das ist unser Heiland Jesus Christus. Allein durch ihn ist das möglich. Und deswegen ist das so entscheidend, so zentral, aufs Kreuz zu schauen, diesen Blick eben zu haben, zu wissen, es geht am Schluss um mich, es geht um die ganzen Splitter, um die Balken in meinem Leben, und die muss ich unter das Kreuz bringen. Da ist Vergebung da. Erst dort kann ich klar sehen, und erst dort kann ich nicht nur Gott klar sehen, sondern erst auch aus dieser Perspektive heraus kann ich die Splitter, die Dinge um mich herum im Leben anderer richtig beurteilen. Das ist die Liebe Gottes. Doch, und das macht Jesus deutlich hier, diese Liebe ist nicht grenzenlos. Die Liebe Gottes ist nicht grenzenlos. Es wird der Tag kommen, da werden wir nicht mehr nach der Hand Gottes, nach der Hand Jesu greifen können. Da wird Gott ein endgültiges Gericht über mein und dein Leben sprechen. Und er wird ein Gericht sprechen, das uns alle vernichtet, wenn wir nicht nach der Hand Christi gegriffen haben in unserem Leben. Und wenn es nur der kleinste Splitter im eigenen Leben ist, deshalb, wenn du seine Stimme hier in diesen Versen hörst, dann wende deinen Blick erstmal weg von allen anderen auf dein eigenes Leben und bring diese Splitter vor dem lebendigen Gott in Jesus Christus, der deine Splitter ins Kreuz getragen hat. Ihr Lieben, ich habe damit begonnen, dass wir ständig überall urteilen und auch urteilen müssen. Da kommen wir nicht drum herum in unserem Leben, sei es eben in der Politik, in der Gesellschaft, im Familien, im Verwandtenkreis, überall müssen wir Urteile sprechen. Und Jesus sagt, genau das sollt ihr auch tun. Ihr sollt euch nicht überheben über andere. Ihr sollt nicht auf eine Art und Weise mit anderen umgehen, als dass ihr es verstanden habt und ihr wisst, wie es besser geht, sondern er sagt, ihr sollt hingehen mit einer barmherzigen Liebe. Aber ihr sollt eben diese Dinge auch nicht übergehen. Nicht zu tun, als wären da keine. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch sich da nochmal zu reflektieren, denn ich glaube, wir sind ja oft so, dass wir sagen, naja, wenn ich die Fehler anderer nicht anspreche, dann werden vielleicht auch meinen eigenen Fehler nicht angesprochen. Und deswegen ein drittes, übernimm dich nicht auch an den Fehlern anderer. Weil es einerseits verschwendete Kraft und Liebe und Zeit sein kann, weil andere es nicht wertschätzen, aber vor allem geht es um dich und vielleicht bist du der, der es nicht wertschätzt, wenn andere dich auf deine Fehler und Schwächen hinweisen. Und deswegen sollte genau das eben unser beständiges Gebet sein, dass Gott uns Klarheit schenkt, dass er uns offen Augen schenkt für die Fehler, für die Schwachheiten unseres Lebens. Und dass wir eben in dieser Offenheit leben, wenn da jemand kommt und wenn da jemand ein bisschen grob ist, dass ich diese Bereitschaft habe, Dinge anzunehmen. Denn es geht um etwas ganz, ganz Kostbares. Es geht darum, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Es geht darum, ihm immer ähnlicher zu werden, ihm zu begegnen. Und das tun wir eben, je mehr wir unsere Splitter und das Kreuz bringen. Amen. Amen. Amen.